Musik Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, eigentlich sollte hier ja das Video laufen, aber der Bayerische Rundfunk meinte, hm, nö, das ist unseres, das darfst du so nicht zeigen. Ich denke, das ist ein satirischer Beitrag. Deswegen findest du in der Videobeschreibung die Links, wo du es dir angucken kannst. Es ist bei BitChute hochgeladen und es liegt im Telegram-Kanal und bei Facebook in der Augen auf Medienanalyse-Gruppe ist es auch noch zu sehen. Naja, es geht eine Stunde und es ist ein bisschen lustiger anzugucken, als es vorher war. Vielleicht macht es dir ja Spaß. Oder du machst es nicht und machst lieber was Sinnvolles und trinkst eine Tasse Tee oder telefonierst mit deiner Oma. Was auch immer, ich weiß es gar nicht so genau. Es ist schon wieder zu Ende. Alles klar. Tschüss, du siehst uns. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020